Wusstest du, dass Wizard of the Coast früher viele Fehler bei Pokémon-Karten gemacht haben? Hauptsächlich bei der Übersetzung zum Beispiel bei... Dunkles Alpollo aus Neo Destiny. Die Attacke Rückruf holt ein Basis- oder Baby-Pokémon aus dem Ablagstapel deines Gegners zurück auf die Bank. Allerdings kann man die Attacke nur verwenden, wenn meine Bank nicht voll ist. Total sinnlos, da sich die originale Version auf die Bank des Gegners bezieht, was auch Sinn ergibt. Heutzutage passieren eher weniger Fehler bei Pokémon-Karten, aber...